Papa hat dieses System gebaut, damit ich das Wasser nicht mehr schleppen muss. Ich glaube, mir reicht ein Messer und eine Pistole, den Rest macht ihr doch, oder? Jawohl. Das ist in Ordnung. Soll ich da runter mit? Oder gibt es noch einen Tipp? Also ein bisschen zäh gemacht, das Ganze hier. Ach, jetzt gehe ich plötzlich automatisch. Ich habe die Hände weg von Tastatur und Maus. Aber Liebe zum Detail. Du gehst vor. Komm, sei so lieb. Kann man die Lampen? Kann man nicht mal ausschießen. Das ist natürlich schwach. Das finde ich schwach. Das hätten sie anders machen können. Wir haben sie überall gekappt, außer natürlich unter der Mauer, die uns einsperrt. Warte, warte. Er geht runter bis aufs Grundgestein. Wenn wir dieses Land befreien, nehmen wir die Mauern auseinander. Könntest du die Waffe runternehmen? Das war auch, wie wird sie in die Luft jagen, wenn wir die Stadt verlassen. Du warst für nie beim Bund, hm? Okay, wir haben zwischengespeichert und jetzt... Ach, ich brauche nichts machen, außer E drücken. Naja. Okay. Also, Nachtmission. Und ich habe noch nichts zu essen gekriegt. Hey, Jacobs, das war gute Arbeit. Danke für die Hilfe mit Goliath. Bleib an der Zielvorrichtung. Anscheinend hast du den Bogen raus. Nein. 19 Uhr sollte es was zu essen geben. Hey, das war versprochen. Die ganzen Zelle hat den Lieferwagen und den Mörser geliefert, aber da ist ein Wachtturm zwischen uns und dem Spielplatz. Wieso haben wir den nicht ausgeschaltet? Beim letzten Mal war er noch nicht da. Wir können vermutlich einen Weg herumfinden. Nein, wir dürfen sie nicht am Leben lassen. Okay. Ähm, geh du mal vor. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier sind wir richtig. Mensch, jetzt beeil dich. Komm. Mach hin. Was ist denn jetzt? Geht es hier weiter oder was? Oh. Aha. Der zweite Kühlschrank. Diese Wachtürme haben eine 20mm Automatikkanone mit Caillou-Bandradar verbinden. Die Feuerleitsysteme sind... Äh. Ich bin doch Jacobs, oder? Mal gucken, wie was... ...versteckt es ist. Hä. Hat er gerade beschossen, oder was? Bin ich der Nächste? Beeilung, Beeilung, Beeilung. Okay, er hat mich nicht gesehen. Hey, geil. So macht's Spaß. Zerstören sie den Wachturm mit einer Granate. Geh du mal vor. Sag Bescheid. Ja, warte, warte, warte. Jetzt. Ah, Mist, Mist, Mist. Hat mich gesehen. Den musst du erledigen. Ich werde zu alt für diese Scheiße. Du warst zu alt für die Scheiße? Okay, wie soll ich das machen? Das sind 52 Meter. Jacobs, vorrücken und ausschalten. Oh, nein, 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 nein. Keine gute Idee, keine gute Idee. Keine gute Idee. Oh, das ist kein schönes Bild. Diese Wachtürme haben eine 20 Millimeter Automatikkanone mit Caillou-Bandrader verbinden. Die Feuerkampf-Systeme sind an die Rückseite des Dings. Also, wir müssen uns vortasten. Wir müssen weiter die Straße rauf. Wir warten, bis der Scheinwerfer vorbei ist und rücken dann vor. Ja. Wer vom Scheinwerfer erfasst wird, geht in Deckung und wartet. Ja. Die Dinger sind schlau, aber nicht so schlau. Ja. Ich zuerst. Na los. Oh, der wird gleich belatzt, oder? Ja. Nee, ich warte kurz noch. Jetzt. Okay, hab ich. Mach das. Ich bin der Nächste. Ich komme gleich. Nee. Jetzt. Nein. Doch. So ist okay. So ist okay. Ähm. Du wirst zu alt und ich bin zu jung. Wie willst du mir in Deckung geben gegen das Ding? Komme ich hier drüber? Ja, komme ich. Okay. Und wo dann hin? Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Ah, das Ding hat schon mal ein Problem. Ja. Das müsste reichen. Okay. Ja. Hab ich doch gesagt. Ich bin gut. Na komm. Das werde ich. Bis bald. Ja. Wer dürfte die Tür jetzt öffnen? Oder soll ich das machen? Oh. War ich das jetzt? Seid leise. Da vorne. Ich dachte, die Patrouillen wären weg. Das waren sie auch. Die nächste kommt erst in sechs Stunden. Ah, okay. Scheint, als wären sie früh dran. Wenn wir angreifen, müssen wir es schnell tun. Nutzen wir das Überraschungsmoment. Das können wir gar nicht tun. Auf dem Dach ist ein Problem. Ja. Auf dem Dach. Bei einem Schuss geht's los. Der hat er oben auf dem Dach. Dann los, erledige den Kerl. Darf ich die Pistole nehmen? Wir warten auf dich. Schieß. So, hab ich. Ja. Ah, die Pistole fetzt. Die Pistole macht Spaß. Die macht Fun. Ah, friss. Ah, wie viele sind denn das eigentlich? Muss ich jetzt irgendwo hin? 44 Meter. Okay. Zack. Runter. Komm, komm hoch. Komm hoch. Von wo latscht es denn? Von wo? Von wo? Von wo? Fahre. Warten wir das? Oh, bleibe stehen. Ich such mir doch Deckung. Wo seid ihr? Okay, komm. Sag mal, wolltest du jetzt nicht? Der Hof ist sicher. Ach. Ins Haus. Ja, jetzt ist meine Tür direkt offen. Komm her. Ach. Das war der letzte. Sie müssen die Patrouillen losgeschickt haben, als der Wachtturm ausgefallen ist. Alter Schwede. Soll ich hier hoch? Nee, geht's nicht weiter. Der Sessel, der geht mir so auf den Keks. Oder habe ich in der Nachbarschaft patrouilliert? Also ständig nur so eine Sessel, der immer gleich aussieht, ist doch eigentlich Blödsinn. Hätten sich doch sparen können. Okay, Jungs, kommt, dann macht mal auf jetzt hier. Na, geht doch. Wem soll ich folgen? Euch beiden. Hier lang. Das ist die Landezone? Garnison hat den Ort gewählt. Brooks hat einen seltsamen Humor. Hier, was ist eigentlich mit Abendessen? Wir hatten Angst, dass die KVA diesen Ort findet? Sicher, aber wir bringen den Kampf zu ihm. Wenn der Überfall heute Nacht gut läuft, werden diese Bastarde... Hört ihr mir mal zu! Wartet doch mal! Rihanna ist da drin. Wir sind's. Nicht schießen. Wieso ist denn die hier? Oh, alles okay? Mir geht's gut. Ach, hier geht doch nichts kaputt. Jetzt wird doch so ein Sofa. Ey, das hätte doch aber auch... Aber die haben Mist gebaut. Das sind die Falschen. Nein, haben sie nicht. Das ist weißer Phosphor. Ich hab den Deal verbreitet. Was? Du wusstest davon? Was soll der rührselige Scheiß? Wir sind dem... Oh mein Gott! Der Wachtturm hat mich erwischt. Hm. Das ist ne Menge Blut. Die Sender. Wir müssen. Oh, ganz ruhig. Wir kommen schon klar. Toten nützt uns nichts. Erdrecht, spart eure Energie für den Trip nach St. Fran. Connor. Hm. Ja, hier. Ach ne. Nimm das. Mein Abzeichen. Finde Arnie. Er wird sich um dich kümmern. Arnie? Ich bring Boon nach Hause. Arnie, hier sind Kalifornien. Leute. Pascht auf euch auf. Wie kommt denn das Auto hier rein? Ach, da ist ein Garagentum. Wir werden da sein. Lasst euch nicht unterkriegen. Ah, hier kann man bestimmt hochspringen und dann die Seile lang, oder? Ja, das geht. Guck mal. Hier. Ne, das geht nicht. Oh, wenn schon mal... Also, Süße, ich muss los. Gehen die Scheiben kaputt? Auch nicht. Gehen die Scheiben kaputt? Ne, auch nicht. Das ist ein bisschen mau. Hier, gehen wir mal raus. So. Da geht es nicht lang. Im Prinzip ist der Weg absolut vorgegeben. Es gibt keine andere Möglichkeit hier irgendwie. Ähm. Oh. Das müssen die Waffen sein, die Brooks uns versprochen hat. Oh. Ich suche mir eine aus. Welche habe ich denn jetzt? Welche ist das? Ah, ich glaube, ich nehme das M4. Das macht am meisten... Brrm. Brrm. So, was haben wir noch? Ah, hier blinkt mich so schön an. Ähm. Ah. Ich kann mich nicht... Soll ich hier ein Maschinengewehr nehmen oder was? Wie viele kann ich denn tragen? Oh, hier, Granaten. Muss ich jedenfalls auf jeden Fall nehmen. Ach nee, habe ich jetzt schon vier Stück. 88 Schuss. Und da sehe ich hier so ein... Und da sehe ich hier so ein... Oh, 200 Schuss. Ja, komm. Nehmen wir das. Ne, wir nehmen das. Ah. Mal sehen, wie lange das dauert mit dem. Ähm. Nur das hat ja schon ganz schön... Dann geht's hier lang. Warte mal, warte mal. Jetzt wollte ich mal ausgucken. Doch, haut hin. Hier lang. Ah. Jungs. Wollen wir das jetzt hier riskieren? Äh. Ja. Man kann die Tür auch leicht... ...leicht aufmachen. Die Tür hätte... ...ja, das Arbeitslager ist am Ende der nächsten Straße. Die Tür hätte sie auflassen können. Das Eingangstor sollte nur leicht bewacht sein. Wir machen etwas Krach, schalten ein paar von ihnen aus... ...und locken den Rest auf dem Lager. Dann schleichen wir uns durch die Hintertür. Das nennst du leicht bewacht? An den Plan halten. Ja. Also. Ich würde sagen... ...ehe wir hier in Schwulitäten kommen. Das wird laut in 3, 2... Jetzt abwerfen! Ich rücke vor! Ach. Das ist ja, äh... ...relativ... Ach. Hätte ich gar nicht. Ich habe fünf Schuss abgegeben. Von wo denn? Von wo denn? Also richtig spektakulär ist das aber nicht. Ja, hier. Komm. Naja. Mensch. Hier. Nimm das. Runter von der... Wo seid denn ihr? Achso. Wo sind denn die Wachtschirme? Wir müssen das Ding vankieren und einen Ort finden, der höher liegt. Verdammt, Jacobs! Anders weg geht's! Hallo. Wir können nicht direkt angreifen. Flanke finden! Flanke finden? Also. Wir finden gleich eine Flanke. Bis gleich. Dann geht's los hier. Ich guck mal gleich. Dann gehen wir jetzt! Vielen Dank.